Und dein Vater? Der ist zur Zeit auf der Rainbow Warrior unterwegs. Das ist so ein Schiff. Ist dein Vater Kapitän? Nein. Mein Papa ist auch politisch aktiv, bei Greenpeace. Der rettet die Wale und den Urwald und so. Macht politische Aktionen. Politische Aktionen? Ja, mein Papa ist Öko-Aktivist. Der kennt sich an Atomkraftwerke und sowas. Ein Aktivist. Family is dead. Eine kleine Familie ist keine adäquate Lebensformen. Die Lebensform und die Zukunft ist die Kommune. Eine Kommune ist wie eine große Familie, aber ohne den Druck. Die Menschen leben in einer Kommune, weil sie wollen. Nicht, weil sie müssen. Frauen, Männer und Kinder leben mit den selberen Rechten zusammen. Die Kinder gehören nicht zu ihren Eltern, sondern zu die ganze Kommune, zu allen. Ja, ist das großartig? So hat jede Kind zwanzig Eltern und hundert und tausend. Und die Kommune leben die Kinder in die Gemeinschaft und sind nicht abhängig von der Mutter. Und jetzt hört mich an. Hier ist Bhagwans Geschenk für uns. Wir werden die größte Kommune der Welt aufmachen. Mit Bhagwan und für Bhagwan. In Oregon, USA. And it's called Rajneesh City. And I invite each single one of you to contribute with your body and your soul. Wahnsinn! Wahnsinn! Sahne! Wahnsinn! Wahnsinn! Vielen Dank.